und in der nächsten folge wenn wir dann mal ins bild da oben gehen beziehungsweise in der nächsten aufnahme ist ein silbererz das scheint recht selten zu sein wenn das hier unten so alleine hängt verröses erz verröses nehmen wir auch mal mit was immer das ist jemand für thermal dimension äh äh foundation thermal dimension genau äh dolomit dolomit naja den vollstein weg zack oh oh what haben wir denn hier what haben wir denn da wieder rosé normales eisen silber silbererz haben wir eigentlich schon silbererz ne ich glaube nicht ne ich glaube nicht ich glaube nicht so hier der blau schiefer gedöns so können wir jetzt mal weg packen ja jetzt machen wir mal das spinnnetz durch das weh langsam durchsacken weg boah diese geräusche ne träumsche das dauert aber ganz schön ewig wenn man kein schwert in der hand hat das hat aber jetzt wirklich ewigkeiten gedauert so gucken wir mal eben schnell hier ein abstecher und war eisen eisen wasserdurchzogene steine ja können wir glaube ich auch mitnehmen habe ich auch noch was irgendwo rumfliegen ah sehr gut yellow ried 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 und noch mehr yellow ried und noch mehrere yellow ried oh nice one So wünsche ich mir das Gut, dass wir dahinter geguckt haben So, dann gucken wir mal das Gold damit bei Knapsack Ja, im Knapsack waren die Wunderbar So, damit hier nichts spawnt Zack, zack So Was haben wir hier? Silbererz Oh, sogar ein bisschen mehr als sonst Oder als da unten vorhin Zinn, 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 Zinn Blei oder Wieder hier die Ordnungssteine Ach komm, egal, die lassen wir jetzt mal hier Oh, Yellow Reet, Dark Diamond Okay, der Dark Diamond ist jetzt mal Schild, egal Und geht mir jetzt gerade hauptsächlich eher um Der Yellow Ried da vorne So Ich habe leider Sehr wenige nur Zum Bauen Also sehr wenige Steine zum Bauen Neter Quarz Ach, Neter Quarz Wieso sage ich mal Neter Quarz Das ist Overworld Quarz So Zack, können wir auch mitnehmen Da ist nichts drunter Und da haben wir den gerade drunter gebaut Vielleicht kriegen wir jetzt noch Der Dark Diamond mit Ach, das war gar kein Dark Diamond Okay Dann ist das auch nicht so schlimm Dass gerade Den Flammen zum Opfer gefallen wurde Und jetzt gerade Ist die Kleine extrem am Schreien Meine Frage ist natürlich Jetzt soll ich einen Cut setzen Oder nicht Es ist jetzt ein Gewissenskonflikt Schafft sie es Oder schafft sie es nicht Und Ja Ich glaube schon Ich mache hier eh nicht mehr so lange Und es ist echt schön Mal wieder Wieder aufzunehmen Ich habe es irgendwie vermisst Aber irgendwie dann halt Auch zwischendurch nicht Weil Weil der Zwang dann halt weg war Der Zwang von wegen Du musst jetzt aufnehmen Weil du hast jetzt keine Folgen mehr Alter, wie lange brennt der denn? Kannst du mal aufhören? Ich habe keine Steine zum Bauen Nehmen wir den nochmal Damit die Lava hier versiegt Und ich an das Rosé Gold komme Dahinter ist Trankhaft Kopfererz Okay Hier haben wir Zin 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 Tintin 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 Jellorit 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 Eine Jellorit Quelle Ich weiß gar nicht Wie viel wir davon brauchen werden Aber ich nehme einfach jetzt mal alles mit Was wir kriegen können Genauso wie bei dem Zertusquartz Keine Ahnung Ob sich das lohnt So viel mitzunehmen Ich mache es einfach mal Und ich brauche was zu trinken Ich brauche was zu trinken Wir haben nicht mehr viel Wir haben nicht mehr viel Verdammt und hier ist jetzt gerade nur noch Lava Ich sehe nirgendwo Wasser Ach komm hier Rose Geh mal weg da Ich versuche jetzt mal eben Ah Zertusquartz Ich wollte gerade sagen ich versuche jetzt mal eben Wasser zu finden Aber jetzt habe ich Zertusquartz wieder gefunden Das nehmen wir natürlich mit Sechs Stück Sechs Stück ist schon okay Sind das Lava Tropfen Oder Wassertropfen Es ist Öl Verröses Erz Ich habe keine Ahnung wofür wir das brauchen werden Aluminium Zin Zin Andere Zäunchen Von der Dingskraft Wer weiß wie ich meine So Bitumen weg Und dann suchen wir mal wo wir das jetzt untergebracht haben Da Da ist es doch schon Zinnober Erz Zack Boom Peng Hatten wir das eventuell hier auch untergebracht? Nein hatten wir nicht Dafür hatten wir da was anderes untergebracht Was ich gerade gefunden habe Rosengalt Jelurid 31 Jelurid Silber haben wir auch noch nirgends wo untergebracht Okay 31 Jelurid Das ist gut Da ist wieder Verröses Ich brauche Wasser verdammt Ich muss jetzt erstmal mich auf eine Wasserquellensuche begeben Hier ist wieder Öl Das können wir natürlich nicht trinken Was ist das? Laps La Zuli Okay Das können wir auch nachher nochmal mitnehmen Ich will jetzt erstmal Wasser finden Verdammt Ich will hier nicht vertrocknen Unten in der Mine Wasser durchzogener Stein Das heißt Hier muss irgendwo Wasser sein Hier muss irgendwo Wasser sein Vielleicht unter dem Wasser durchzogenen Stein Hallo 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 Ja Natürlich nicht unter dem Wasser durchzogenen Stein Das wäre ja nur zu schön um wahr zu sein Aber wenn da ein Wasser durchzogener Stein ist Muss doch hier irgendwo auch Wasser sein Ich verstehe das nicht Ich verstehe das nicht Wo ist denn Wasser? Vor allem wir waren doch vorher noch an der Wasserquelle Wieso habe ich da kein Wasser geholt? Und hätte ich das auf dem Server nicht etwas runtergeschraubt Weil das zu heftig war Mit dem Wasser Mit dem Trinken Dann wären wir jetzt schon 3000 mal vertrocknet hier Hm Ich sehe auch nirgendwo Wasser Ich höre nur Lava, 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 Lava Mr. Lava, Lava Dieses Hängenbleiben, ne? Nervt ja schon so ein bisschen Da ist Wasser Wasser Wir müssen an das Wasser Wir müssen irgendwie an das Wasser kommen Hm So rum geht es auch Uh Diamanten Diamanten Die nehmen wir natürlich gleich mit Aber erstmal müssen wir hier Uns an der Wasserquelle laben Oh Gott sei Dank Wasser Wo ist die Wasserquelle Wo ist der Quell des Lebens Oh Gott so weit oben Muss doch irgendwo einfacher zu können sein Ah Hier vielleicht Da ja Da ist es doch Da kriegt man doch Wasser So Jetzt haben wir wieder ein bisschen Wasser mitgenommen Das ist gut Fucken Hier ist wieder Roségold Da ist wieder Yellow Ritz Ich weiß gar nicht Ob man das eventuell auch einschmelzen kann Bei Tinkers Construct Aber ich glaube nicht Oh Sind wir schon voll mit Yellow Ritz hier Gold Ernst Da la 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 Gut 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 Yellow Ritz haben wir mitgenommen Das Roségold nehmen wir auch noch mit So Aha Jetzt sind wir hier unten schon Jetzt habe ich aber das Diamanterz zurückgelassen Ne Ich renne mal schnell durch die Golderze Sehr gut Durch den Rest hier Das ist wieder Öl von Buildcraft Und hier oben geht es auch nicht weiter Hier ist ein Kupfer Da oben ist Quas Da gehen wir jetzt aber nicht hin Und hier unten das Gold Nehmen wir natürlich mit Aber natürlich Gold ist ein Wichtig 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 Silber nehmen wir auch mit Und da ist schon wieder eine Spitzsache kaputt Roségold Das nehmen wir auch mit Vielleicht können wir das ja auch irgendwo handeln Oder mit irgendjemandem Von Patze oder so Oder Eventuell Zero Oder keine Ahnung Wer sowas braucht Und wofür man es braucht Aber vielleicht können wir es handeln Wir nehmen erstmal soweit Erstmal alles hier so Mit was verkriegen können Ne Das ist mir zu gefährlich Wir machen es so Oh Diamanterz Äh What Ich kriege jetzt einen Erfolg für Diamanten Ach ja weil ich das auf dem Server Ja weil ich den Server ja Hin und her geswitcht hatte Ne Ich glaube daran liegt es Ich glaube daran liegt es Ähm Nein Wer weiß nicht Der war es natürlich auch nicht Der ist es auch nicht Hä In welchen hatte ich denn jetzt In dem Knapsack In dem Knapsack So Eisenärzt packen wir da weiter hin So Rosé Ähm Ja Ist klar Warte mal Das Quarz Na So Für der Quarz hatte ich da auch Da Zack Zertus Quarz hatte ich auch irgendwo Zertus Quarz hatte ich da auch irgendwo In dem Crafting Backpack In dem Crafting Backpack Oh Ist schon voll Na gut Zertus Quarz Zertus Quarz Bitte was Ich bin nicht Zertus Quarz verrückt Nein 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 Alles gut Alles gut Overworld Quarz Das lassen wir jetzt auch nochmal Luftdurchzogen Das Stein lassen wir jetzt auch nochmal Den lassen wir nochmal Wir müssen auf jeden Fall nochmal hier lang Wir müssen auf jeden Fall hier nochmal irgendwie Ausräubern gehen Auskundschaften gehen Wir sind ja noch lange nicht durch Da Eine Fackel zu setzen ist natürlich auch schlau Ich hätte hier lieber ein paar Steine sitzen Müssen Aber ich hab nicht mehr so viele dabei Verdammt Oh da Da schreit wieder die Kleine Ich glaube Jetzt ist wirklich langsam Zeit Für eine Aufnahmepause So Zack Zweite Leiste Diamanten mitnehmen Uh Black Diamond Oh Uh Nehmen wir nicht mit Das Black Diamond Bleibt mal da Dafür packen wir jetzt mal Nein Das Yellow Reed Oh nein Ich hab drei Yellow Reed Dings gerade Voll verbrannt Okay 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 Ich werde sterben Nein werde ich nicht Nein werde ich nicht Huh Weil der Server zu lange rum ist Um sich hier schnell auszubereiten Obwohl ich dem Ich glaube mittlerweile schon 3-4 Gigabyte Nickel Okay Obwohl ich dem schon 3-4 Gigabyte Oder so zugewiesen habe An Arbeitssprecher Nickel nehmen wir mal mit Keine Ahnung Was dat wiederum ist So viel neue Erze Nickel Erz da auch Nickel back hier Nickel big Erz Das ist Ich bin Tabe Ich bin Tabe 너무 gut Ja Ich bin Tabe